Im Gandakaseer Freibad wurde gestern gerutscht, was das Zeug hält. Beim Rutschwettbewerb maßten sich Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren darin, wer am schnellsten wieder unten ist. Zu Gewinn gab es unter anderem Freikarten und für die ersten beiden Plätze zusätzlich Eisgutscheine. Bestes Wetter sorgte für gute Laune und eine rege Teilnahme. Neben dem Rutschwettbewerb werden noch weitere Sommeraktionen im Freibad am Saunahus folgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017